Ukraine und Russland im Krieg. Was für Auswirkungen hat das auf die globale Weltwirtschaft und den Kapitalmarkt? Das wollen wir uns heute genau anschauen. Hallo meine Lieben, ich bin Sauer Thomas aka Sparkojote. Wir sind hier natürlich auf einem Finanzkanal und ich möchte heute die Auswirkungen auf die aktuelle Krise und den Konflikt in Ukraine und Russland mit euch genauer anschauen. Anhand vieler Beispiele aus der Vergangenheit, aber auch was aktuell gerade wirklich ein großes Problem werden könnte. Nicht nur für die Länder Ukraine und Russland, die halt effektiv gerade im Konflikt zueinander stehen, sondern auch insgesamt auf uns in Europa, in den USA, den Nahen Osten, Asien und Co. Ich habe hier viele Zahlen rausgesucht, die durchaus spannend sein könnten und möchte hier einfach auch nochmal als Disclaimer erwähnen. Ich wünsche natürlich allen Leuten, die betroffen sind hier in der Ukraine, alles Gute, viel Stärke, viel Mut, dass sie durch diese Situation kommen. Es ist wirklich, ich sage es auf Deutsch, es ist eine scheiß Situation, dass wir heutzutage noch so etwas erleben dürfen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich hier versuchen, rational über die globale Weltwirtschaft zu sprechen und eben über das Thema Finanzen, weil das hier ist ein Finanzkanal, meine Lieben. So, ich möchte euch hier ein paar Bilder zeigen vom S&P 500 und hier sehen wir relativ gut, was in den letzten über 50, 60 Jahren so alles passiert ist und was das für Dellen in den S&P 500 geschlagen hat. Der S&P 500 ist eigentlich ein Indiz, ein Index, der die 500 größten Unternehmen der USA mehr oder weniger abbildet und wir sehen hier, es ist wirklich sehr viel passiert. Post-Korean War Recession, Eisenhower Recession, Kennedy Slide, Credit Crunch, Nixon Recession, Oil Crisis, Iranian Oil Crisis, Black Monday, Gulf War, vieles, vieles mehr. Und viele dieser Dinge waren auf einem globalen Ausmaß in der globalen Wirtschaft ein großes Problem. Und die Menschheit hat in irgendeiner Form all diese Krisen überstanden. Es dauert einfach seine Zeit und das ist so ein bisschen meine persönliche auch Lebensüberzeugung, dass der Mensch immer irgendwie eine Lösung findet. Es ist nur eine Frage der Zeit, auch wenn tatsächlich es immer wieder mal unschöne Zeiten gibt. Eine weitere Grafik, die ich auch super, super spannend finde, die ich euch zeigen möchte, ist der Vergleich zwischen Bärenmärkten und Bullenmärkten. Dunkelblau seht ihr die Bullenmärkte, hellblau ganz klein die Bärenmärkte. Und es ist absolut verrückt, wenn man sich mal anschaut im Verhältnis dazu, wie oft oder wie lange Bullenmärkte anhalten versus wie lange Bärenmärkte anhalten. Und das ist jetzt ein Zeitraum von mittlerweile, wenn wir uns das anschauen, über 50 Jahren. Das ist ein halbes menschliches Leben. Und ihr seht statistisch gesehen tatsächlich, wenn wir aus der Vergangenheit zumindest etwas ableiten können, dass grundsätzlich Bärenmärkte oder solche Krisen wesentlich kürzer anhalten, als dann wieder Märkte, die ebenfalls, also oder halt sich erholen oder halt entsprechend wieder immer wieder neue All-Time-Highs erreichen. Das ist zumindest die Historie, ob das in Zukunft so sein wird, I don't know. Aber wenn ich mir so die Historie angucke, die Geschichte wiederholt sich nicht, sie reimt sich. Darum bin ich da doch schon der Meinung, dass wir tatsächlich jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfinden werden, vermutlich als Menschen. Weil ansonsten hätten wir wahrscheinlich diesen Konflikt nicht, den wir gerade haben. Gibt glaube ich so ein Sprichwort, gibt die Leute, die aus der Geschichte lernen, Bücher lesen und die Fehler nicht wiederholen. Es gibt leider genug Leute, die nicht lesen und deshalb die Geschichte wiederholen. Okay, das war ein bisschen doof, aber hey, ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Und ich möchte jetzt so ein bisschen auf die aktuelle Lage eingehen. Und zwar, einfach um das mal so ein bisschen auch in Relation zu sehen. Russland ist auf dem zweiten Platz, wenn es um Erdgasproduktion geht weltweit. Erdöl sogar auch auf drittem Platz. Also Russland ist da ein Big, Big Player. Nicht nur in diesen Bereichen. Weizenproduktion ist tatsächlich Russland ebenfalls auf Platz 3 nach China und Indien. Wenn wir uns das alles anschauen, Sonnenblumenöl, Ukraine und Russland sind beide jeweils auf Platz 1 und 2, was die Sonnenblumenölproduktion angeht. Viele dieser Produkte oder dieser Rohstoffe werden natürlich auch mehr oder weniger exportiert. Vieles davon landet in Europa, Afrika, den Nahen Osten und Co. Und man muss in dieser Sache einfach feststellen, dass dieser Konflikt auch hier Auswirkungen haben wird mit Exporte, die aus Russland zum Beispiel kommen werden oder aus der Ukraine. Und man muss fairerweise auch sagen, dass Europa, Afrika und der Nahen Osten zusammengezählt Millionen von Menschen sind. Und 50% dieser Menschen geben tatsächlich mehr als 50% ihres Geldes, was sie zur Verfügung haben, für Essen und Lebensmittel und Nahrungsmittel aus. Und man muss sich einfach mal so überlegen, okay, wir haben zwei Länder, die einen Konflikt oder einen Konflikt haben. Russland, Ukraine. Von dort kommen viele Rohstoffe, die für uns lebensnotwendig wichtig sind auf der heutigen Welt. Die exportieren diese Produkte und ja, dieser Konflikt wird Auswirkungen auf den Export haben. Und dann, dass dieser vielleicht allenfalls auch sinken könnte, kann ich mir vorstellen, was wiederum die Preise anheizt und die Inflation, die wir nicht ohne um schon eh haben, nochmal befeuern würde. Und das ist halt so ein Grund, wo ich mir auch sage, okay, krass, das heißt, wir haben nicht nur die Konfliktländer, die davon betroffen sind, sondern alle Länder, weil wir so eine globale Weltwirtschaft haben, sind davon direkt eigentlich dann auch betroffen, was das angeht. Ja, ein Großteil der täglichen russischen Transaktionen, also im größeren Gebiet tatsächlich, sind in US-Dollar, also auch Exporte etc. Durch die ganzen Zwift-Sanktionen, die jetzt über die kommenden Wochen und so weiter verhängt werden können oder teilweise schon verhängt werden. In meinen Augen kann natürlich auch das einen gewissen Einfluss darauf haben, wobei, wenn man sich überlegt, okay, Sanktionen und okay, es kommt viel Export aus diesen Ländern, können diese Länder auch auf diese Importprodukte oder Rohstoffe verzichten? Ich weiß es nicht, ich bin, da muss ich ehrlicherweise sagen, da hört dann meine Expertise auf, um das richtig bewerten zu können. Ich weiß es nicht, wenn man sich dann auch noch die Metallproduktion anguckt, Nickel ist Russ, also für Nickel ist Russland auf Platz 3 nach Indonesien und Philippinien, für Aluminium ist Russland auf Platz 2, was Produktion angeht nach China. Wäre jetzt gedacht, für Palladium sogar auf Platz 1 und für Platinum sogar auf ebenfalls Platz 2 nach Südafrika, also wenn ihr das mal anguckt, da sind so viele Rohstoffe, die dann auch exportiert werden aus Russland. Und ich weiß halt nicht, inwiefern viele dieser Länder, die halt mit Russland mehr oder weniger handeln, sich sagen, okay, wir können jetzt auch auf Erdgas, Erdöl verzichten oder wir können auch auf Sonnenblumenöl verzichten oder wir verzichten auch auf diese ganzen Metalle, die wir vielleicht brauchen, um unsere Wirtschaft voranzutreiben. Also das ist für mich gerade aktuell so, da bin ich schon sehr zwiegespalten, ich kann das schwierig abschätzen, ich habe jetzt hier für euch einfach mal die Zahlen rausgesucht und werfe die jetzt einfach mal in den Raum, aber das sind alles Bedenken, die ich habe und mir einfach denke, wir sind so eine globale Wirtschaft, das wird über die nächsten Monate definitiv crazy und ich denke, dass das durchaus, also dieser Konflikt weltweit nochmal diese Inflation, die wir eh schon hatten durch die Pandemie vorher, nochmal befeuert wird. Weil viele auch gefragt haben, Vanguard Futsi All World, das investiert man in die ganze Welt, wie viel davon ist überhaupt in Russland? Es ist relativ einfach, man kann sich das natürlich bei Vanguard selber angucken, kann sich alle Länder angucken und ganz ehrlich, 0,3% Russland Exposure im Vanguard Futsi All World ist jetzt nicht die Welt. Ja, Russland ist im Vanguard Futsi All World drin, aber mit 0,3% echt nicht die Welt, darum hat man jetzt das auch nicht irgendwie megamäßig gespürt im Vanguard Futsi All World, weil der halt eben so breit diversifiziert ist tatsächlich. Was ich auch noch anmerken möchte, ist natürlich Unternehmen oder Aktien an der Börse, es sind natürlich viele davon gecrasht, gewisse Branchen, Sektoren sind mehr gecrasht, andere weniger. Man muss hier an dieser Stelle auch einfach verstehen, das ist eine allgemeine Marktlage, der 4 und Greed Index ist definitiv eher in Richtung 4 getrimmt. Also ein allgemeiner Unmut ist hier, Panik möchte ich jetzt noch nicht sagen, aber die Leute wissen vielleicht, okay, sie werden ein bisschen zittriger, sie wollen vielleicht das, was sie noch drin haben, retten. Das ist so manchmal der Gedanke, den man vielleicht hat und es gibt viele Unternehmen, die ja auch eingesteckt haben, obwohl sie mehr oder weniger keine Umsätze in diesen beiden Ländern oder kaum Umsätze in diesen beiden Ländern machen, tatsächlich vom Geschäftsmodell kaum betroffen sind, so gesehen. Und trotzdem einfach einkassiert haben. Das sind dann Unternehmen, die zu Unrecht, in Anführungsstrichen, wenn man sich mal fundamental die Unternehmen anguckt, eingesteckt haben, weil auch die gesamte Marktlage mehr oder weniger etwas panikartiger ist als sonst. Und da gibt es vielleicht auch gute Einstiegsmöglichkeiten und das ist so ein großer Punkt, wo ich wahrscheinlich auch immer wieder viel auf Kritik geraten werde. Das ist auch schon beim letzten Video, was ich gemacht habe. Ich hoffe, das versteht niemand falsch, aber man muss verstehen, egal wie eklig eine Situation ist und man muss ehrlicherweise auch sagen, dass jede Person, die jetzt nicht in der Ukraine oder in Russland oder vor allem nicht in der Ukraine lebt oder dort irgendwie Verwandte hat, Freunde hat, whatever hat, nicht direkt betroffen ist. Und mit nicht direkt betroffen ist, meine ich halt einfach, dass man nicht in dieser Krisensituation ist, oh, ich muss um mein Leben Angst haben, ich muss Angst haben oder ich muss von zu Hause flüchten, ich muss irgendwie versuchen, zum Beispiel hat mir meine Großmutter gesagt, viele Ukrainer flüchten jetzt zum Beispiel auch oder versuchen nach Ungarn zu kommen, weil das grenzt ja auch an. Also das finde ich super, super wichtig zu differenzieren und zu verstehen, dass natürlich sowas, wenn man in so einer Situation ist, das ist einfach, also das ist nicht vergleichbar. Da denkt man natürlich nicht an irgendwelche, keine Ahnung, Finanzen, sein Geld, whatever, das ist dann alles völlig irrelevant, okay. Man muss aber auch eingestehen können, okay, ich bin jetzt hier zum Beispiel in der Schweiz oder ihr seid in Deutschland, in Österreich, du bist jetzt nicht direkt in dem Land, du hast auch eine wirklich Distanz da. Ja, du spürst es auch nicht, du siehst es nur in den Medien, du hörst nur das, was Reporter, Medien, Journalisten und so weiter schreiben oder im Fernsehen oder was auch immer wiedergeben, du siehst Videos auf Social Media und Co. und du bist nicht direkt im Geschehen. Ich möchte das alles nicht relativieren, ich selber persönlich, die Leute, die auf Instagram auch unterwegs sind, habe jetzt auch da schon zum Spendenaufruf aufgefordert, jeder Franken, jeder Euro, jeder Cent, jeder Rappen zählt in meinen Augen. Da sind jetzt mittlerweile schon echt viel, oder da ist mittlerweile echt viel Geld zusammengekommen in mega kurzer Zeit, ihr müsst es mal kurz angucken. Ihr könnt auch auf AdSparKoyote aufs Profil gehen, da sind mittlerweile glaube ich 30.000 oder 40.000 Franken bereits schon zusammengekommen. Zieht euch das einfach mal rein und das ist für mich einfach auch so ein wichtiger Punkt. Ich meine, was kann ich jetzt hier speziell machen? Nicht wirklich viel, aber ich kann zum Beispiel versuchen zu spenden in diesem Kontext, wenn das eine Möglichkeit ist, die ich finanziell habe. Oder ich kann hier mit dieser Reichweite zumindest versuchen, etwas Aufmerksamkeit drauf zu bringen, dass vielleicht der ein oder andere sich sagt, hey, das möchte ich auch supporten, so wie ich jetzt das zum Beispiel gemacht habe und finde, dass das super, super wichtig ist. So, das war es jetzt mehr oder weniger von diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet aus diesem Video einiges mitnehmen. Ich werde nach wie vor regelmäßig monatlich investieren, kein Market Timing betreiben und ich werde diese Krise mehr oder weniger aussitzen. Ob es ein Jahr geht, zwei Jahre geht, drei Monate geht, zehn Jahre geht, I don't know. Ich werde sie aussitzen auf jeden Fall und trotzdem dranbleiben. Und stay the course, werdet nicht panikartig. Panik ist ein schlechter Ratgeber und versucht einfach das Beste draus zu machen. Und ich wünsche natürlich allen da draußen viel Sicherheit, viel Gesundheit und viel Mut, viel Stärke, je nachdem, was für eine Situation man ist. Und es ist allgemein, ich muss es noch zum Schluss sagen, einfach für mich persönlich traurig, dass wir heutzutage noch sowas erleben. Aber der Mensch ist, glaube ich, der Mensch und ich glaube, der Mensch an sich wird aus Fehlern nicht immer lernen können, sondern immer wieder dieselben Fehler wiederholen, leider. Aber hey, ich weiß nicht, das ist jetzt so ein bisschen traurig gegen Ende noch, aber so scheint der Mensch anscheinend zu sein, wenn man sich die letzten paar tausend Jahre mal zurückschaut, was wir da alles gemacht und aufgebaut haben und zerstört haben, leider. Ich weiß nicht, das ist jetzt so ein bisschen traurig, aber ich weiß nicht, was wir da alles gemacht haben.